So, da sind wir wieder bei Fallout 4. Weiter geht's. Wir haben, ja, festgestellt, dass hier alles ziemlich im Argen ist. Koffer für Kryolator. Nett. Dich hol ich mir später. Okay. Ich hör schon wieder Red Car-Gerlaken. Okay. Okay. müssen aber unbedingt Munition sparen am Anfang überlebenswichtig so weit so gut wir haben über 100 Schuss aber das muss nicht unbedingt viel sein ich vertraue vor Ort nicht es ist ungewöhnlich dass man am Anfang so viel Munition zur Verfügung hat Ok so weit so gut Sneak 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 Zack man kann das sein dass ich gerade einen ziemlichen Umweg gelaufen bin ja bin ich egal nehmen wir einfach mit so langsam sonst ist 10 mm Patrone dankend angenommen war jetzt nicht die schlauste Idee die ich je gehabt habe aber gut geil man wir haben 11 Schuss und 111 als Reserve ein Pip-Boy ohne den Pip-Boy wäre Fallout einfach nicht Fallout ok 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 das ist neu dass man sich das Zeug genau so angucken kann ok so Gangster Style so schräg halten ok mit sehr präzisen Daten an der Seite mit Mod Anzeige mit Mod Anzeige reinzoomen rauszoomen ok gut zu wissen man kann sogar sortieren mit L3 bringt uns aber herzlich wenig das ist unsere Skill Tabelle coole Sache nachher okay nochmal vor nachher nachher Ah, Kleidung. Einfach mal eine Brille anlegen. Das ist das übliche halt. Mach mal auf! Krass, Mann. Das ist auch neu. Alle sind tot. Alle sind tot. Alle sind tot. Also grafisch ist das echt geil gemacht. Alle sind tot. Alle sind tot. Dann verlassen wir mal Vault 111. Ich bin zufrieden. Danke. Würde ich nicht wieder tun. Ganz ehrlich, wenn ihr mich, ich meine, wenn er mich höflich gefragt hätte, hätte ich gesagt, okay Jungs, wir setzen uns mal beim Kaffee zusammen und reden darüber. Aber einfach so rein ist nicht nett gewesen. Das bist du selber. Das muss ich euch nicht erzählen. So. Krass. ins A-Kill. So. 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 es ist geil dass der charakter jetzt eine eigene stimme hat militärisches klebeband wir nehmen einfach mal alles mit was wir finden auch wenn es nur ein plastemesser ist wie gerade eben diejenigen die fallout kennen weiß wissen dass man am anfang damit sogar geld machen kann wenn man sämtlichen krempel aufheben tischventilator nehmen wir mit kaffeekanne kaffeekasen kronkorken den muss ich mir jetzt einrahmen mein erster selbstverdienter kronkorken selbstgefunden aschenbecher im tisch ist nix drin ok krass man die grafik ist schon entgeil ich bin echt beeindruckt man das verbrauchen aktionspunkte krass mir von gar nicht aufgefallen ich habe schon wieder vergessen es kann mir auch passieren hallo ich war 200 jahre eingefroren sanctuary entdeckt irgendwas ist hier ihr seht dieses männchen auf da unten auch oder da hinten krass man ich peile das noch nicht so ganz aber ich werde es wahrscheinlich ziemlich schnell herausfinden auch wenn die wortkleidung stylisch ich ziehe mir erst mal saubere kleidung ich ziehe mir erst mal saubere kleidung hin ich war da noch gar nicht zu hause kartsworth du hast überlebt was ist denn das die möglichkeit du du bist es wirklich kartsworth was ist mit der welt passiert mit der welt mehr außer dass unsere geranien immer noch der stolz von sanctuary hills sind es wird viel aufregender sein wenn sie und ihr mann wieder da sind wo ist ihre bessere hälfte überhaupt er ist an einem besseren ort er ist an einem besseren ort was sie da sagen diese schrecklichen dinge ich glaube sie brauchen eine ablenkung von dieser grässlichen stimmen wir haben so lange schon nichts mehr mit der familie gemacht oder vielleicht eine scharade ich finde ihn ich werde mein baby zurück sehen voll nerdig aus was 200 jahre was hast du eigentlich etwas mehr als 210 wenn man die erdumdrehung und ein paar kleine schäden im chronometer einrichtet das heißt sie kommen zwei jahrhunderte zu spät zum essen blöder witz aber irgendwie cool sie sind bestimmt total ausgeobert jetzt kurz wird du verhältst dich ein bisschen seltsam was ist los was ist los Zwei Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, dem man dient. Die ersten zehn Jahre habe ich die Böden gemohnert. Atomaren Fall-Out kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Ja, Probleme, Mann. Ein eingestürztes Haus am Staub und das Auto, wie soll man Rost polieren? Was?